Dieses zum Kauf angebotene Renovierungsbedürftige Einfamilienhaus befindet sich in Obernkirchen. 1900 wurde dieses Haus erbaut. 19. 20. 20. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 300 m² bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 260 m². Das Haus steht für 39.900 Euro zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017